Dramaturgisch perfekt, wir müssen stimmen und umbauen, es ist wunderbar. Also unsere alte Landesregierung mit unserer liebes Landeskulturrätin, die Frau Caslati Amour. Die war da ganz streng. Da hat jeder können ein klingendes A singen. Sie ist sogar mal mit einem klingenden A vom Rednerpult gefallen. Also nächstes Lied, ein Liebeslied aus unserer Heimat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in dem Sinne wir Südtiroler, es ist das Beste, was wir können. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.